Mmmmm, yum, 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 so lecker, delicious und was weiß ich nicht alles. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Warum ich einen Rinderschmobraten als Hintergrundbild genommen habe, werdet ihr gleich erfahren. Äh, dem, das wird aber erstmal jetzt, äh, äh, zum Kanal. Also, äh, momentan haben wir ja die Let's Plays, äh, The Night of the Rabbit, wir haben Watch Dogs, was sich viele von euch gewünscht haben und wir haben, äh, League of Legends. Und als, äh, Specialer Wochenender haben wir immer noch Minecraft, was ich nicht, äh, was ich ja nicht, äh, ausgesagen lassen habe, was, weil ein Zuschauer gerne das wieder weiter gucken wollte. Ja, okay, fangen wir an. The Night of the Rabbit, ähm, ist, äh, ganz gut angekommen bei euch, ist ein Spiel, was ich selber lange spielen wollte, was ich euch lang versprochen hatte, und, was mir sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Äh, ich wollte da mal, ähm, eine kleine Sache, obwohl das ja gleich nachher. Ja, zu sagen, zu like, zu verleibelt habe ich sonst eigentlich nicht, äh, großes zu sagen. Kommen wir zu Watch Dogs. Äh, Watch Dogs haben sich ja einige von euch gewünscht, das waren echt eine ganze Menge Leute für meinen Kanal. Und da freue ich mich auch sehr, dass es euch so gut gefällt, und ich bekomme regelmäßig, ähm, Kommentare drunter, dass es euch gefällt, und es freut mich, und ich werde mir Mühe geben, wenn ihr irgendwas sehen wollt in Watch Dogs oder so, dann schreibt's einfach in die Kommentare, traut euch, ich mach alles, das ist kein Problem. Wir haben genug Zeit, und wir werden nicht gestresst. Schreibt's einfach rein, und, äh, wir gucken uns das mal an. Wenn ihr irgendwelche coolen Dinge gefunden habt, oder was ich ausprobieren soll, kann auch ruhig was Trolliges sein, muss nicht zur Story gehören. Ist vollkommen, ne? Okay. Ja, zu League of Legends, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 100 angekommen, ich weiß noch nicht, die wird heute veröffentlicht mit, ich weiß noch nicht, wie lange ich League of Legends mache, was ich danach einbaue, wenn ihr da Ideen habt, irgendwo jetzt in die Kommentare schreiben, was ich da machen soll. Schreibt mal bitte nicht Assassin's Creed 4, 5 rein, denn ihr wisst, wir haben Assassin's Creed 4 noch offen, ich hatte da mittlerweile mich auch mal hingesetzt und da weitergespielt, aber das wird jetzt wahrscheinlich nächste Zeit nichts mehr, da, und dazu kommen wir auch gleich. Ja, gut. Zu Minecraft, Minecraft ist ja jetzt das eine Wochenende mal nicht gekommen, da kam ich nicht mehr dazu, das aufzunehmen, das tut mir leid. Es ist sowieso momentan immer sehr kurzfristig, weil ich immer, hm, ihr wisst ja, wenn du was machst, was gut, was dir Kopfschmerzen bereitet, dann hast du dich unbedingt Lust zu. Ähm, ansonsten, ja, ich werde versuchen, Minecraft jedes Wochenende weiter rauszuhauen, wird aber wahrscheinlich jetzt die nächste Wochenende nicht rauskommen, und den, zu dem kommen wir jetzt gleich. Also, ich sitze hier gerade vor meinem PC, da kommen gerade Bilder, die waren eigentlich jetzt so nicht gedacht, okay, das habe ich gar nicht beachtet jetzt noch. Ähm, ja, ich sitze gerade vor meinem PC, und da liegt doch irgendwo ein Zettel vor mir, dieser Zettel nennt sich Warenkorb, und da ich ja eine Prüfung ablegen muss zum Kochköchen und dieser Zettel mir heute ins Haus geflattert ist und das sozusagen jetzt meine Prüfung ist, werde ich die Let's Plays jetzt für eine Woche oder vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht, ein bisschen runterschrauben, weil Prüfung ist wichtig, könnt ihr sich ja nachvollziehen, äh, deswegen möchte ich mich voll auf meine Prüfung konzentrieren. Watch Dogs wird weiter jeden Tag kommen, auch wird, äh, The Night of the Rabbit jeden Tag neu kommen, und je nachdem, was dahinter kommt, das wird dann auch jeden Tag kommen, das ist kein Problem. Next Web lässt sich leicht hochladen, Watch Dogs auch ebenfalls, okay. Ähm, Minecraft werde ich erst einmal jetzt komplett studieren, auch die Wochenendfolgen, für eine Woche, ähm, heute und morgen wird rauskommen noch, äh, wie es dann nächste Woche wahrscheinlich nicht, vielleicht schaffe ich es auch, aber ich möchte euch einfach von vornherein sagen, es kann passieren, dass jetzt noch kein Minecraft 3 auskommt. Ähm, League of Legends weiß ich noch nicht genau, es ist sehr zeitaufwendig, League of Legends aufzunehmen, deswegen kann es passieren, ich habe jetzt noch, ich glaube, drei, vier Folgen, es kann passieren, dass League of Legends jetzt ein paar Tage ausfällt, dann nach diesen Folgen, kann aber auch passieren, dass es nicht passiert, äh, das werdet ihr dann sehen, ich möchte euch jetzt keine Hoffnung machen, oder auch keine falschen Versprechen, deswegen sage ich euch einfach mal, wenn es nicht kommen sollte, dann werde ich es höchstwahrscheinlich nochmal ankündigen, auf Facebook, und dann, äh, seid vorgewarnt gewesen, ich habe es euch vorher gesagt, es ist, äh, die, die, der schriftliche Teil, den ich jetzt für die Prüfung habe, sie geht neun Tage, dann habe ich noch drei Wochen Zeit, um das alles, ähm, zu üben, und dann ist meine Prüfung vorbei, also am 24. Juli, ist meine Prüfung vorbei, und ich bin offiziell arbeitslos, äh, naja, eigentlich nicht, aber, ich habe, ich, ja, naja, also, ich bin da nicht mehr Lerling, so, jetzt haben wir es, ähm, ja, das war es an sich, warum ich Rinderschmorbraten gewählt habe, weil das meine, meine Aufgabe für den, für den Hauptgang ist, einen Schmorbraten vom Kalb zu machen, also nicht Rinder, und darum habe ich jetzt einfach mal den Rinderschmorbraten da, mir genommen, und habe den sah cool aus, und deswegen, ja, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, ach ne, Quatsch, äh, danke, 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 für 900 Abonnenten, ihr seid super spitze, Leute, ihr seid brillant, ihr seid kosmogant, kosmogant, das ist, wenn man so brillant ist, dass es den ganzen Kosmos ausfüllt, dadadadada, jetzt bin ich ans Wiko gekommen, scheiße, ich hoffe, man hat es nicht gehört, ähm, ja, ihr habt 900 Abonnenten, ich freue mich mega, wir haben bald die 1000 geschafft, ey, das wird absoluter Knaller, 1000 Abonnenten, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das, äh, innerhalb von zwei Jahren hinbekomme, also am Anfang hätte ich das vielleicht gedacht, weil ich so naiv war, boah, eine Million Abonnenten schaffst du locker, aber, ähm, mittlerweile sieht man das noch ein bisschen realistischer, und wenn wir das wirklich noch schaffen, die letzten 900 Abonnenten, bevor ich zwei Jahre hier, also das ist dann der 8. September, dann wäre ich echt mega begeistert, und, ich habe noch kein Special, also wenn ihr, irgendwas, äh, ich bin sehr, weiß nicht genau, was ich als Special raushauen soll, wenn ihr da Ideen habt, dann hau, sagt es mir so Wort, knallt es mir irgendwo rein, äh, aber bitte, äh, das wollte ich auch mal anmerken, es gibt noch zwei Dinge, die ich anmerken möchte, erstens, versucht mir auf YouTube bitte nicht, über die Nachrichtenschreibfunktion etwas zu schreiben, dann geht auf Facebook auf meine Seite, die ist verlinkt auf meinem Kanal, schreibt mir da was, oder schreibt mir unter die Videos was, oder, was weiß ich, kontaktiert mich bei Steam, oder bei League of Legends, oder irgendwas, aber, ich lese diese YouTube Box, wirklich nicht, das ist, ich lese die vielleicht einmal, alle zwei Monate, wenn mir einfällt, Moment, du gibst, da gibst doch noch eine YouTube Box, weil die ist so versteckt gemacht, ich realisiere die meistens gar nicht, deswegen, ähm, wenn ihr da mir was geschrieben habt, dann wird das meistens auch noch, ein, zwei Monaten erst beantwortet, und dann schreibt sie mir vielleicht zurück, und dann sind es wieder zwei Monate, bis ich wieder da reingucke, das ist, äh, sehr scheiße, mal ehrlich gesagt, darum schreibt mir lieber auf Facebook, oder so, da bin ich jeden Tag online, da kriegt ihr sofort eine Nachricht, sobald ich zu Hause bin, jetzt sind schon wieder die Bilder hier, das kann ja nicht sein, äh, ja, ihr wisst ja mittlerweile alle, dass ich Anime-Fan bin, ähm, ja, genau, und dann wollte ich noch was sagen, und zwar, es ist hier auf YouTube, ich meine, man hat, ich hab selber auch mal gemacht, eine Zeit lang, so dieses, ja, dein Video ist toll, schau doch mal bei mir vorbei, du weißt, es ist schwer hochzukommen, ich hab das auch ein paar Mal gemacht, das ist verständlich, wenn man einen Kanal aufbauen möchte, dann ist das cool, dann ist das, äh, aber ich sag euch eins, das bringt nichts, so kriegt man keine Abonnenten, ich meine, ich hab's auch versucht mal, das geht einfach nicht oder schlecht, vielleicht hab ich's auch nicht in ausreichender Maße gemacht, ich hab's nur ein paar Mal gemacht, so das ist, darum möchte ich euch was vorschlagen, und zwar, ähm, sobald ich wieder Zeit haben sollte, für solche Videos, schickt mir doch einfach mal, auf Facebook zum Beispiel, schickt mir doch einfach mal, Bilder, und zwar machen wir das jetzt so, äh, und zwar möchte ich, äh, Arts haben, so Bilder, so, wie ich ein Spiel, was ich momentan spiele, oder gespielt habe, wie ich mich in dieser Welt befinde, was weiß ich, nennen wir mal Night of the Rabbit, ich will also, möchte also ein Bild haben, wie ich mich in Night of the Rabbit befinde, mit meinem Avatar vielleicht, oder so, oder vielleicht als einer der Figuren, könnt ihr euch da freien Ideen haben, und, ähm, als kleine, als, ähm, das soll ja nicht umsonst sein, das soll für euch sein, und zwar für dieses kleine, für diese kleine Mühe, die ihr da habt, werde ich dann einfach mal, ein Video am Ende veranstalten, wenn genug Bilder zusammengekommen sind, also es ist auch, eine Sache, die kann ich dann, äh, nach Belieben machen, weil ich Lust habe, wann es wirklich so weit ist, also wenn eine genügend, äh, große Anzahl an Bildern zusammengekommen ist, dann mache ich ein Video daraus, und dann kommen die Bilder, die mir wirklich gefallen und so, dann tue ich die, ähm, da einblenden, und dann erzähle ich was über euren Kanal, also ihr strengt euch ein bisschen an, mal ein Bild, so ein cooles Bild, das ich dann vielleicht auch in mein Titelbild einfügen tue, bei YouTube, und dafür tue ich dann euren Kanal, ein bisschen promoten, und so, dass ihr vorwärtskommt, ich finde, das ist eine coole Idee, für die Leute, die mich ständig anschreiben, dann müsst ihr mich nicht ständig unter meinen Videos anschreiben, auch bitte guckt doch mal meine Videos an, weil ich meine, ich gucke momentan nicht mal mit meinen eigenen Let's Player, die ich früher mal geschaut habe, weil ich einfach keine Zeit dazu habe, äh, deswegen gucke ich eigentlich auch prinzipiell, nicht über Kanäle drüber, ich mache es manchmal, aber ich tue mir dann kein Urteil ab draufschreiben, weil wenn ich das einmal mache, dann muss ich es bei jedem machen, und das ist ein kleines Problem. Also, ich möchte es nicht lange um den Hals und Brei rumreden, mal ein Bild von mir, wie ich mich in einer meiner Fantasy, in einer dieser Fantasy-Welten befinde, in Night of the Rabbit, vielleicht in Watch Dogs, oder da mal in Minecraft, was weiß ich, Minecraft gibt vielleicht sogar noch ganz cool und easy, und wenn mir die Bilder gefallen, dann kommen sie in ein Video zusammengepackt, wenn ich genug habe, vielleicht so, wenn ich zehn coole Bilder habe, und dann tue ich eure Kanäle mir raussuchen, und dann werde ich da mal dazu, äh, meinen Standard geben, und, äh, euch ein wenig promoten. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee, wenn ihr die Idee noch ausbauen wollt, oder so, schreibt es unter das Video drunter, tut, äh, ja, kommentiert mich einfach zu, und wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde, oh mein Gott, das sind schon zehn, elf Minuten, Tschüss, bis zum nächsten Mal, lecker Schmobraten, njam, 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 und wir sehen uns beim nächsten Mal,